Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu meinem Fortnite Stream und ihr wisst ja, ich möchte unbedingt die Vision 5 werden und ja, wir werden mal in dem Stream versuchen, aber so hau wie möglich halt zum Thema einfach. Also, let's go. Ja, da kennt ihr das, wenn man aufgestanden ist und dann einfach ne Zockenmeid, aber dann einfällt, dass du gesagt hast, dass du Streams, aber eigentlich gar kein Bock hast, aber ich mach's für euch. Ich stream nur only for... fuck... for you. Ah, wo soll es euch auf... Okay, meine Englisch kannst du mir achten. Vor allem, ich konnte es halt aus dem Lobby irgendwie voll FPS abziehen. Ich hab in der Lobby, also in der Startinsel hab ich immer so wenig FPS, aber dann im Game hab ich jetzt so 120, also durchgehend so, 80, 90 FPS. Muss ich das verstehen? Das zum Thema, 80, 90 FPS. Aber sag mal so, man merkt, man merkt den Unterschied von der PlayStation her und dem PC. Der PC ist eigentlich viel viel wichtiger. der PC wird nicht contested. Ja, mein, da unten ist einfach schon wieder Lama. Damn! Da unten ist einfach schon wieder Lama. Da unten ist einfach schon wieder Lama. Das ist jetzt mein erstes Arena, seit ich mich geschlafen habe. jetztız bin jetzt auch zuschlafen. Schlafen Fallen Fall Schlafen Vom Husten Schlafen Ich bin um die Husten Vom Haus Vom Haus Vom Husten So 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 Okay. 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 Ich weiß, die sind 500 Meter. Niemals. The fuck? Das war's. 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 wie schnell jetzt einfach sechs leute verreckt sind was auch fällt heute im arena einfach die bots so 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 Fuck, Digga! Von großem Schock habe ich noch nie gehabt. Ist das... Lami? Das ist der Allerechte. Das ist der Allerechte Lami. Das ist der Allerechte Lami. von schottm skeptisch fühlt sich um ihn zu wollen. von schottm von schottm von schottm von schottm von schottm von schottm hat hat andere hat 246 meter und wie kreuzer so die hauze war vor befreiendes gefühl scheiße ver so zi manda Ich will nur ein Zeiss im Zaun. Aber warte, du bist schon. Ist jung, wat? Die Shiramaut. Fakt, die Shiramaut. jeder türtel haben wir jetzt ein level So, sonst werdet ihr. Alter, Oma, wir haben wenig verloren. Was haben wir für uns? Man muss... Jetzt machen wir mal weiter. Nicht, ich habe kein Problem. Ich habe nicht dafür gewonnen. Ich habe nicht ge Dlatego, dass ich ein Problem brauche. Nein, du kriegst mich nicht. Du musst schlechten snipen, Mann. Verstehst du es? Du bist schlecht in snipen. Ich kasse das. Wirklich? Ich kann schon wieder kotzen. Ja, f*** dich, der Hamba, Mann, ganz ehrlich. Sorry, wer von der Zung? Ja, ja, bitte. Jetzt haben wir nur los, die Bolle. Entschuldigung. Okay. Ja, dieser kann runter, dass der keine Blumen hat. Mhm. Aber 9, hat sie genau 80 plus gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Abzug das man in Division 4 kriegt. Da beginnt es die, sonst sieht alles. Und ich muss mal loshauen, Minuspunkte. Kriege ich jetzt schon Minuspunkte? Oder mir ist scheißegal. Fucking stop à marriage. Okay. Oh, okay. Oh. 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 ich überlege eine neue tastenbelegung dass man für b waffen aufnehmen auflegen nehmen dass ich mit dem daumen so waffen aufnehmen und dann halt mit e was anderes billig aber überlegen wo es hat man mit ebeling nach london ist das nie oder ich kann dann ich habe einfach mit null abzug wo die und das ist es ein Bug? das ist real hä? nicht dumm das schaut so aus das ist schon wieder Alarma aber das gönne ich mal danach wie du jetzt hier zu Hause und dann in deine Dome wieso fahren wir eigentlich wenn das sowieso Lama dann ist schon mal machen, ne? ja komm mal schon mal machen, ne? son la que yo abriro, no? ja ja, egal wenn wir ordentlich Shotgun das ist noch besser krass, ja genau 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 no Shotgun am besten, ne? Eire Mann jetzt muss ich einfach das andere Haus Anno looten weil da einfach keine Ahren drin ist dieses Haus ist mir auch schon wieder komplett sozial also wenn man Pumps sucht dann wetten wir es wieder Pumps ey, flip, geht gleich aus hä? the fuck? gibt's da auch nur Pumps? also gibt's da nur Pumps? oder bin ich einfach nur dumm? da haben wir kommen jetzt Halleluja! der Lama vergiss ich schau dir das mal ich muss nur 800 Meter 6,5 Meter 6,5 Meter 6,5 Meter ach man, ich würd das mal lassen ok, die Falten da schon das ist immer gut wie war das denn da weg? ok, ne, das hab ich mal sofort vergessen so toll aber das renntiert sich aber das renntiert sich aber das renntiert sich was so, wie wie ein Lama na, eigentlich nicht da war das ist so in Arena kann man sich die Mütze selber fahren ich geh dem Gegner dezent aus dem Weg weil ich hab auch der Spazierungspunkte lang weil sonst bin ich da bin ich das mehr das das ist das 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 der ist ja dumm der greift mir einfach ohne Schilder ist ja dumm aber real, wie gut läuft, ist das, muss man schon zugeben probieren raus er muss hat er gehabt wahrscheinlich bin der kramschanden er baut nicht er macht gar nichts in ordnung ist für mich wenn er mit dem fliegel geben weil nach der ersten sohn einfach so nach der ersten schon einfach was er für das wetter Ich geh wieder die gleiche Ruhe, dann geh ich einfach wieder zur Agency. Der Truck ist so schmackhaft. Ich schaffe ihn nur easy abzubauen. Wenn ich den Baubettel schon wieder sehe, habe ich gar keinen Bock. Keine Ahnung warum, aber wieso? Das ist doch nur Mets-Race. Der Truck ist so schmackhaft. Der Truck ist so schmackhaft. Der Truck ist so schmackhaft. Untertitelung des ZDF 16. hier kommt paul ja immer bis lorina oder flo kommt auch gleich wieder der statiker vorhanden ja weil er war es schön hatte ich habe jetzt arena 1240 punkte wir haben einfach drei jahre gesagt der scheiße wenig was ich kann sagen wie viel ich jetzt habe und ich habe gleich dreimal arena oder so gespielt ich du hast wie viel hast du 1240 ich habe 2145 ja ich habe dreimal arena gespielt es geht gar nicht oder eben doch was hast du denn gemacht meinst du 11.000 oder 1.000 wie viel punkte bekommt man brucke 20 also in 10 also was habt ihr gemacht die ja hey wir haben am donnerstag zwei stunden arena und dann heute habe ich heute übelst gesuchtet ich habe am donnerstag null punkte gehabt trotzdem scheiße wenn ich hier auch dreimal arena gespielt ich habe 220 bomben gemacht scheiße schon ein bisschen traurig ich werde aber nachher beim tuomate wieder also bissel arena zocken weil wir mussten die vision 5 wären was für was fncs warm-up schon belastend irgendwie dass ich jetzt schon die vision 5 bin und nichts dafür gemacht darf ich bin gerade beschäftigt wie kann man in so viel spielzeit 1000 punkte haben wie kann man brawl stars spieler ich immer ganz schnell bei fresse halten brawl stars spieler ich bin drei jährige kinder also apple schocklohne ja da wird sich sterben ich finde hat es so grausam mit tab auf pyramide weil man muss heute hand so übelst bewegen dass dass man da hoch bin bei so einem kleinen fixenten wie du schon ich muss mein scheiße ringfinger eine millimeter bewegen dass ich zu haar kommen meine daumen meine ich ja da ja daumen ist aber anders ich spiele spiel selbst mit boden auf tab und boden brauer viel mehr als als pyramide sie ist die schlechte aus der einstellung die du da machen kannst siehst du willst die stream dann ne super man wieso hast du mich so ich verstehe es nicht ich habe nix gemacht ich habe dich auch nicht ich bin nur gerade absolut angepasst so bist du angepasst von mir nein ich habe mir scheiß sehne gerissen mein finger ist so fertig ich habe keine chips gefressen ich war einfach gerade draußen siehst du wie ganz so weit mit seiner schreibt wie ist das sie eigentlich so weit wie ist das sie verbunden wie ist das sie bekannt Ich hab grad gar nix mehr gecheckt. Ich bin da jetzt richtig gut auf Controller. Ich bin da besser geworden. Du kennst ja bestimmt noch ein Atlantis Paddy, oder? Ja. Ja, Flo? Ja, ich bin da einfach raus. Du kannst ja mal eine Stunde nimmer spielen. Äh, kommst du jetzt rein, oder? Ja, ich bin älter, die hast du drin, Mann. Bei mir nicht. Einladen? Ah, hier. Ich bin im Addict, deswegen jetzt viel besser im Bauen auch. Und älterm. Also alle Brunorte, was du brauchst, sag ich nicht. Eddy, Eddy editieren war ja schon immer, ist ja einfach PC. Aber trotzdem, ich find, ich kann sogar bauen. wenn du mich bauen sehen hast alter deine augen sind explodiert ja schon kommt am blut hallo 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 auch schiebt bei den uns er war das ohne 80er ja klar ein bisschen drinnen fachsicht am jungs am oberchenkel es dauert einfach alles eine halbe stunde im erfordern mein 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 es ging wechselt speierforgern läuft speierforgern läuft speierforgern läuft speierfacher läuft vielleicht weil es ist nein das ist klar die sind gar nicht schlecht man es liegt ja nicht am internet das braucht ihr dann war scheiß halt wieder die speckling an das moha wieder eine halbe stunde warte mal mit an meinen fingern okay ich spiel bis seit zwei oder so kummer moha fuchs kummer moha muss man so klar dass du hinter mir warst sind sie hier bei maus und tastier ist halt voll gut meine aim ist auch gut ich hier baller an julian ballers wahrscheinlich bin jetzt so halbeste wir haben schwierigkeiten daten aus neuralen netzwerken des events zu extrahieren wir versuchen die stecker zu ziehen und ihn wieder einzustürfen sie kommt später wieder gerade fort mit irgendwelche probleme bei uns nicht so war das ist bei jedem da wegen halb mal kap ich bin jetzt wieder so über die stunde im ladebildschirm ja irgendwas jetzt zum essen also spiel auf controller flow kommt kommt dann die web julian stück auf spiel beenden bitte er ist schon weg ja warte danke geh ich schnell zurück zum zentrum ich bin jetzt spiel auf controller ich habe keinen bock gegen maus und tastatur spiel zu spielen ja wieso ich bin richtig scheiße auf maus und tastier wenn deinem drin ist nicht für meine verhältnisse ist mein aim ist gerade auch anders was ist das für ein web so diese mit mini so was ist das los bist du am ladebildschirm nein ich bin im ladebildschirm wieso bin ich im ladebildschirm so sie bin im ladebildschirm ist das normal so wieso bin ich im ladebildschirm so ich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf dem ersten Link, oder nicht? Scheiße, ich hab die falsche Seite. Wie heißt denn das andere? Du bist es einfach. Äh, Kreativ-Ecke. Dieser süßes Sessel. Äh, Dubaro, Entschuldigung. Dubaro? Ja. Siehst du's? Ja. Dann auf Dubaro. Ja. Und dann rechts oben auf dieses Kategorien Gaming PC. Ja. Und da halt auf, äh, Kreativ-Ecke. Also Freitags-Gaming. Freitags-Gaming, ah, ja. Und dann gibt's da so ein 1100, also 1099. Ja. Den, den, den gleichen, hat's aber auch so, wo der I-G-Stell angeht. Nee, nur das Case, weil der ist selbst gebaut. Flo? Ja, ich find's aber gar nicht so geil. Ich find's absolut sexy. Ja, ich glaub, ich bleib bei meinem. Ja, bleib bei deinem, wenn du's so eingestellt hast. Ja, du musst, äh, du musst mir dann sagen, ob, äh, ob es ist, wo in dem, äh, drin ist, äh, gut wie, äh, nicht schlecht ist. Ich hab keine Ahnung, ich kann, äh, so HDD-Speicher und Grafikkarten kenn ich mich mit aus. Ja, genau, das ist die, äh. Ah, mit so nem Netzteil, nur so, keine Ahnung. Netzteil ist gut, wenn's halt so Bronze, also Bronze, Silber, Gold oder Platinum ist. Glaub mir mal, also. Ich, mein Wettkämpfer war wieder bei mir. Jetzt müssen wir halt einen Fortnite bringen, glaub ich. Aber ich find, diesen PC, der sieht so geil aus, irgendwie, keine Ahnung. warum ja mit der hat auch amd und alles also reisen und ich kann jetzt schon fix ich kann jetzt einfach eine weise jetzt fack mich gerade so um im aber mir ist es ja nicht kassel Ja, wo ich hier doch so gern wusste ich, was ich aufhauen. Dumme Scheiße. Das ist viel Geld, oder? Sack das Scheiße. Ich schluck nach meiner Maus. Ich schluck nach meiner Maus. Ich schluck nach meiner Maus. Ich habe jetzt den PC von... Ich habe auf Google auf YouTube eingeben. Der beste Gaming PC. Und dann war es gleich das erste Video. Ich habe fünf der besten Gaming bis 2020. Und das war... In verschiedenen Preisklassenabteilen. Ich habe jetzt den für 900 Pneumon. Es geht wieder nicht. Ich schluck irgendwas zusammen. Ich kann sie nicht sagen. Ich kann sie nicht sagen. Ja. Hey, was macht sie? Ja, aber... Ich säg mich nicht. Ich säg mich nicht. Ich säg mich nicht. Ich säg mich nicht. Was macht's hier? Die und der Fuchs. Ich glaube, ich stehe. Ey, der Fuchs. Hallo. Richtig. Ich säg mich. Was hat's hier gerade? In der Map, weil du Gruppenanführer warst du mir nicht wüssten konnten. Ah, shit. Und hier wird ja gerade zum dritten Mal Fortnite gestartet. Zum dritten Mal, ah shit. Das ist diese Omega, shit. Paul kommt zu kurz beenden, bitte. Nö. Bitte, Paul. Ähm, wir warten vielleicht auch noch auf Flo. Ja, aber trotzdem das Spiel werden. Warum? Du kannst so auch nichts machen. Äh. Weißt du, dass der Hinz heute in die Gruppe geschrieben hat? Was? Was? Wegen wen haben wir gegen Niederviebach den ersten Satz, äh, den zweiten Satz verloren, weil, weil ich angeblich außenangreifbar spielen wollte. Irgendwann so. Ich hab geschrieben, ja, verlieren als Team und gewinnen als Team und ich hab in dem, in dem Satz, äh, mehr Punkte gemacht, als du jemals machen wirst. Hä, also nochmal, wo ist halt der Paul geschrieben? Gegen Niederviebach, ja, Südbayerischen. Ja. Wo, wo ich dann den zweiten Außenangreifer gespielt hab, ne? Mhm. Das hat er als Beispiel genommen, deswegen haben wir angeblich verloren. Ich denke mir so, ja. Ja, dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 hinspaul, ne? Die scheiß Mannschaft lebt eigentlich nur noch von, lebt von mir, weil, weil ich einfach der Eis hier bin, der blocken kann. Ja, 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 okay, der mag heute U18. Vielleicht der Max nur. Wir reden grad von U16. Ja, der Max. Kann da nur blocken. Der kommt auch nicht viel mehr übers Netz. Oh, da Flüxtrückse ist beigetreten. Flüxtrückse. Ja, hoffentlich. Und ich kann nicht. Und ich kann nicht. Ich kann nicht beenden. Paul. Ich kann nicht beenden, ich weiß es nicht. Was war deine Frage, Fuchs? Ups, hier danach auch noch Arena-Sport. Hä, wie hast du jetzt das gerettet? Also, Paul. Geil, ich bin Beobachter. Danke, Jungs. Ja, ich bin auch Beobachter. Ich kann, ich kann halt nicht, äh, das Spiel beenden drücken. Du musst ab. Dann gehst's zum Zentrum. Wiedersehen. Jetzt wird bis der Soß beitritt. Ja, wo ist denn der Soß? Ja, zurück zum Zentrum. Spust. Sein Mammelspust. Mit... Mit Minis oder ohne? Natürlich mit. Mit. Ist ja logisch. Logisch. I like Derof. Auch, Fuchs. I like Derof. Ja, okay. Herzigerherz, A. Sie ist erdenlos. Du bist der T-Spieler hier. Du bist der T-Spieler hier. Du bist hässlich. Hehehehe. Also, was erdenlos ist. Du bist hässlich. Hä? Ich kann euch nicht unterscheiden. Haben wir beide den gleich zu gehen, oder? Okay, ich bin die weiße Tussi. Ich bin die weiße Tussi. Ich kann euch unterscheiden, weil da Jule, äh, äh, weil da Fluss der, der Aim hat. Ist ja ort. Faast. Äh, wie wir editierst du noch auf? E enough, weil die roy dumm ist? Rö fetch�! Wir lasern uns halt beide ein bisschen, ne? Und dann kommt der Fuchs, der Aufschnauber. So ein... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich bin's! Ah! Ui! Uiuiui! Der Fuchs ist auch... Du Arschloch! Wenn ich die jetzt auch noch hole, du hast keine Ehre mehr Mein AIM Ach feiner Junge, du hast kein AIM Du kommst irgendwie nicht mehr raus Nein, ich gebe... Ach, Mann, Fuchs Ich hasse das Pump konnte 200 mehr weg Das ist so ein Scheiß Alter, Fuchs, der Turtel sich halt nur weg und geht nie auf Gunfight, Alter Ich hab den, der muss ja nicht mal mit den 20 AP hab Ja, genau, gönn der Minis, du Ja, unser Turtel, das ist... Es war einfach gefühlt der 2 dahinten, wo ich dagegen hab Bau mit Holz, du Bau mit Holz? Ah, na... Ich hab den Stein, ich bau doch nicht mit Holz Ich bau ihn mit Rot im Holz Ich bau ihn mit Rot im Holz Redwood Redwood Ich hab den Klo Ich hab den Klo Ich hab den Klo ich hab dich getötet los ja aber der fuchs ich hab ja heute 90 oder so das war so richtig abschneiden beide sagen wir haben doch gerne nur fuchs ich hab dir eine respektkockschelle gegeben mit 4,3 kilo und nicht mit ganze 2,0 kilo ja oh ich ist hier doch nein die war ja ja ich würde eigentlich dann Simon so ehrlos, ne. Er tut halt immer so auf nett, ne. Er hat einfach, wenn er mal mit ein paar Freunden draußen ist, schreit er mir und Maxi so Wichser und alles nach, ne. Hey, im Morgen Simon einfach nett, im Morgen, ne. Wer heißt Simon, der Läuvel oder der Ophi? Ey, der Läuvel ist geil. Ich glaub sie. Ich hab ja ein 27 gehält, gern mal noch auf die Kälte. Oh, fuck. Oli, du, Lila, es macht ching, ching, ching. Oh, das ist mir lecker. Warte mal schnell ins Ei stehen. Oh, ja. Aber du konntest so gut, ähm, Ding, äh, treppen. Ich hab's doch gesagt. Ah, ich hab ja, Flo, man merkt schon, da ich jetzt besser bin, ne. Ja, ja. Ah, ich hab's ja. Ich muss raus. Nein! Mann, hey, Papus, wir loben. So ist weh, ey, du lachst jetzt. Komm, ich schlau. Ah! Ja, wir haben zwei, sieben, 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 sieben. Unser Simon ist ins Sports-Heim eingebrochen, ne. Echt? Wenn ich nicht verletzt gewesen wär, und, ähm, ich mag sie nicht davon abgehalten hätte, dann wär ich so zu denen gegangen und hätte ihnen alle einige geklatscht. Nein, der Shop geht daneben. Ich meine, ich bin da zur Last dafür. Wann musst du nicht lassen? Ich glaub, das ist doch eher der Knummer. Ey, der, wie konntest, sah, wie viel AP hattest du eigentlich nach dem Paun, ne? Ja. Keine Ahnung, so... So ist... 100? So ist... 500? Ohje! 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 Da, Fuchs geht schon wieder abstaunen, das ist so ein richtiger Bugel. Hahaha. Ist so. Äh, das ist ein dumme Loch hier, dafür kann ich mir ins Gesicht geschlagen. Hahaha. Ähm, ähm, der Fuchs, der Fuchs sagt immer, dass wir ihn alle hasst hat, Spern, ja, dabei haben wir ihn alle ganz ganz lieb. Was ist so? Pfff... Ja, aber gefühlte Sechen... Jeder wird gemobbt. Da muss jeder mal durch. Hahaha. Weiß so. Wir haben halt muss über Schweiber mogen. Sos wird zum Beispiel manchmal von mir gemobbt, Sos wird zum Beispiel manchmal von mir gemobbt, Sos wird gemobbt. Ich werde auch von der Kathi gemobbt. Ja, das ist versteckt. OOH! Fuchs! Hahaha. Ja, du schümmst damit auch einen Ballen-Controller. Ja, du schümmst damit einen Ballen-Controller. Das fand sehr niedrig. Ich hab nichts damit zu mir aus Ja Fuxi! Du musst aimen so hoch Eli Kaul! Paul! 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 Paul bitte kämpf! Bitte kämpf! Ich lass mich nicht vom... Warf! Warf! Jetzt baue du schon wieder mit Ding! Nein! Mann das schaut sich halt auf Ding so komisch die ganze Zeit um. Ich hab einfach Fux! Einfach... Zwei... Headshots geben und ein normaler. Ja okay, aber mit Outrem ist es halt wirklich nicht so schwer, vor allem beim Fuchs der hin und los rumsteht Ich so der Fuchs ist da nur ein Grat aus zu mir gelaufen und hat erst seit nach einer halben Stunde reagiert, stimmt's Fuchsel? Hallo Paul Ich hab ihn halt fast noch gefickt mit meinem Ey, das ist eine krasse Ausdrücke Alter, der Fuchs hat dieser Lasergrad von mir war ja anders 2 AP Okay, jetzt war der Fuchs Ach, der Fuchs Nein, ich hab ihm nur ein Zimmer 20er gegeben Ja, aber das war eh mein Kill Oh, Sosie Ah, komm, Sosie Wer hat die Kokoslos, wer hat die Kokoslos, wer hat die Kokoslos Nein, Sosie, low Ich ficken Julian auch noch, doch nicht Ah, doch nicht Ah, shit Steh da wieder nur rum Alter, zuerst mal Eils machen, so Bock zu dritt Das war die Kamerschelle, Mann Ich hab seitdem wie meine Einstellungen umgestellt hab, hab ich so geiles SMG-Aim Ich, ja, das ist mit neuen Einstellungen ja wirklich so, dass dein SMG-Aim viel, viel Ach, komm, gelassen Äh, warte mal, ich würde mich kurz ich kann jetzt auch ein bisschen zu einer ich bin so stolz die ganze fuchs spielt einfach der hat sechs stunden arena gespielt und er hatte 1.900 punkte wie lang sechs stunden ich hab's halt so lustig gefunden und er hat gesagt ich hab richtig drauf geschmissen und ich hab drei runden gespielt und hab 2.100 punkte ich hab sechs stunden jetzt 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 ein die kunde beitreten Versuch es jetzt mal. Ich habe bei dir schon auf die Gruppe beitreten gedrückt, eigentlich. Ja, du willst bereits der Gruppe von Atlantis unter sich fertig beitreten. Wobei, tritt der Gruppe von Atlantis-Perry nur durch Fehlercode 9-1. Ja, dann durch Spiegelus auswählen und nochmals. Das ist ein tolles Pettel und Lampen. Achso, ja, gut. Ah, das ist so. Was ist mit Disco-Dominanz? Willi? Ich sehe nicht mal mein Skin. Ja, aber dann liegt es bei dir gerade so. Ja, scheine. Kannst du mir beitreten? Ja. 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 Ja, dabei ein bisschen reden also nicht mehr ja was ist mit kuh der witz arena runden spielen oder sollten warten ok sprüder ich guck dir zu aber bleibt So, mit Elf. Du bist schon die Vision 4? Ja, ich bin jetzt die Vision. Ah, du schaust meinen Stream, oder wie? Ja. Ja, ich hab mich vorher im Stream nur in die Vision 4 hochzockt. Und du hast es geschafft für den Armzweck? Ja. 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 Keine Ahnung. Ich find... Ich... Keine Ahnung. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ja. 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 Ja, che MGUSH! Ah! Hyping? Hallo? Ja, ich habe ihn. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben einen Hülpung geöffnet, das ist wirklich so geil. Untertitelung des ZDF, 2020 die ja der wir die runden fertig schulen bitte ja bis dann ja 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 Okay. Das ist ja schon ein bisschen im Süd. Ich bin der Zocka-Nakter. Ich bin der Zocka-Nakter. ich hab eben schon bewusst wegwaffe dann wird man auf entspannt alle müssen ja im wend ja 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 Oh, das ist gut, aber ich habe einen Tag mit dem Schweren. Ich habe einen Tag mit dem Schweren. Ich habe einen Tag mit dem Schweren. ich nehme mir ein kleines mit nur 6 keg dann dann hab ich glaube ich sage ich 1.300 Oh, quiero que me enedren. Und was ist das? Ferti, du kannst ja da weiter ein bisschen einspulen zum kreativen Modus. Dann fern sie hier wieder ein bisschen einspulen in so einem Kreativmodus. Das war's, das war's, das war's. Okay. Das war's. 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 Im Haus. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Fuck off. Das war's. 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 Das ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Kampf. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. What? Okay, okay. Das war's. Das war's. Challenge. challenge die nicht. Das war's. Ich weiß nicht. Ja, das war's. 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 Ich hab's. Das war's. Das war's. Ich hab's. Ich hab's. Das war's. 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 20 plus gemacht. Das war's.